Der Bundespreis für Kunststudierende ist die 24. Ausgabe des Bundeswettbewerbs, ausgelobt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Unser großer Projektpartner hier in der Bundeskunsthalle. Gemeinsam mit dem Deutschen Studentenwerk richten wir die Ausstellung aus. Christoph Blankenburg wurde 1983 in Erfurt als Christoph Lenz geboren. Von 2007 bis 2019 studierte er an der Bauhausuniversität Weimar visuelle Kommunikation. In der Ausstellung zeigt Christoph Blankenburg seinen Film Dieb am Rennsteig extended. Seine Interventionen überraschen und bringen den Betrachter dazu, sich mit dem Ort und seinem eigenen Standpunkt auseinanderzusetzen. Die jungen Künstler und Künstlerinnen kriegen die Bühne, um sich breit zu machen und sich eigentlich vorzubereiten auf die Ausstellungspraxis. Marie Falke, Jahrgang 1991, wurde in Wuppertal geboren. Von 2011 bis 2018 studierte sie Film an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und im Nebenfach Szenografie. Marie Falke macht Dokumentarfilme. In der Bundeskunsthalle sind zwei Filme von ihr zu sehen. Trial and Error, ein dokumentarisches Porträt des Filmjournalisten Gideon Bachmann und Marienstraße, eine Begegnung mit den Menschen, die in ihrer Straße in Karlsruhe wohnen. Marie Falkes Arbeiten sind geprägt von einer tiefen Mitmenschlichkeit, die sich unmittelbar auf die Zuschauer überträgt. Wir haben Videokunst, wir haben Malerei, wir haben Installationskunst, wir haben auch Performancekunst, es finden auch Performances immer wieder in der Ausstellung statt. Lena Grossmann wurde 1991 in München geboren. Seit 2013 studiert sie an der Akademie der Bildenden Künste München bei Olaf Nikolai und seit 2018 studiert sie zeitgenössische Komposition an der Zürcher Hochschule der Künste bei Isabel Mundry. In der Ausstellung zeigt Lena Grossmann das Werk Ten Ways Through Organized Space. In einem Kreis befinden sich Markierungen für die Platzierung von Holzmodulen. Die Module werden durch Performerinnen zu unterschiedlichen Raumsituationen komponiert. Der Bundespreis für Kunststudierende ist ein Wettbewerb unter den deutschen Kunsthochschulen. Jede Kunsthochschule nominiert zwei ihrer besten Studierenden, insgesamt 48. Aus diesen 48 Nominierten wählt dann die Jury die Preisträger aus. Jan Zöller wurde 1992 in Haslach im Kinzigtal geboren. Ab 2012 studierte er an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und machte 2018 seinen Abschluss bei Professorin Leni Hoffmann, zu deren Meisterschüler er ernannt wurde. Er thematisiert das Künstlersein als prekären Beruf und setzt sich humorvoll mit Strukturen von künstlerischer Produktion und Kunstmarkt auseinander. In der Ausstellung zeigt er einen Querschnitt seines Schaffens. In diesem Jahr hatte Jury sieben Preisträgerinnen und Preisträger gekürt. Sie teilen sich das Preisgeld von 30.000 Euro und die Arbeitsstipendien im Wert von 18.000 Euro. Su-in Kwon wurde 1989 in Suncheon, Südkorea geboren. Von 2013 bis 2019 studierte sie Freie Kunst an der Hochschule für Künste Bremen bei Professorin Rosa Barber. Davor 2007 bis 2011 studierte sie Fotografie und visuelle Medien an der Sang-Yong-Universität in Seoul. Ihre Arbeit in der Bundeskunsthalle heißt All Nights Without Exposure, All Growing With Ashes. Die Künstlerin hat dafür einen Raum geschaffen, der wie ein abstrahierter Wohnraum wirkt. Wir haben den ganzen Tag genutzt. Wir haben sehr intensiv diskutiert. Wir haben verschiedenste Positionen auch am Ende erneut diskutiert und nochmal angeschaut. Wir haben dann nochmal in die Mappen geschaut und es ist natürlich wie immer, eine Jury-Sitzung kann nie wirklich gerecht sein. Das ist klar, man versucht ja auch dann einen Konsens zu finden und sich für Positionen gemeinsam zu entscheiden. Mirjam Kroker stammt aus Filderstadt, wo sie 1982 geboren wurde. Bevor sie 2014 das Studium der Bildenden Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Dresden aufnahm, hatte sie bereits Ethnologie in Tübingen sowie Kultur- und Sozialanthropologie in Wien studiert. In der Bundeskunsthalle zeigt die Künstlerin die Installation Free Search – From Impossibilities to Impossibilities. Bei allen Werken geht es um die Beweglichkeit von Wissen, Theorien und Personen. Ich möchte eigentlich alle Künstler und Künstlerinnen trösten, die dabei waren und jetzt nicht prämiert wurden. Es ist natürlich so, dass wir viele Positionen trotzdem ganz intensiv angeschaut, kennengelernt haben und ich denke auch das ist schon mal gut für die Nominierten. Karsten Säger wurde 1988 in Halle an der Saale geboren. Er studierte von 2015 bis 2019 Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und ging zwischendurch für ein Auslandssemester nach Gent. Zuvor hatte er in Halle Kommunikationsdesign studiert und als Bachelor abgeschlossen. In der Bundeskunsthalle setzt Karsten Säger seine Serie Rehearsal for Lumumba fort. In Workshops, die im Ausstellungsraum stattfinden, setzt er seine Recherchen mit Besuchern fort. Wir sind der Meinung, dass die sieben Preisträgerinnen und Preisträger letztendlich hier eine große Bühne kriegen können.